Herzlich Willkommen meine Damen und Herren! Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge, die das große Bild erklären. Kennen Sie im Kassenbereich von Kaufland diese Tafeln, wo die kleinen Formulare dranhängen? Ich suche. Da hat jemand in dieser Woche mit zwei Worten erklärt, worum es in Deutschland im Wesentlichen geht. Nicht alles erklärt, aber doch einen großen Teil dessen, was uns bedrückt. Die meisten von uns in diesem Kanal zumindest. Da hat nämlich jemand unter Ich suche geschrieben, fähigen Bundeskanzler. Das hat man nicht oft, dass man mit zwei Worten die Lage beschreiben kann. So ist es aber gelungen. Dieses Beispiel ging übrigens durch die sozialen Medien. Vielleicht haben sie es gesehen. Dann habe ich diese Woche noch ein Beispiel gefunden bei Twitter. Da hat ein Teilnehmer namens Dani Engel aufgeschrieben, welche sieben Plagen, so nannte er das, Angela Merkel über die Deutschen gebracht hat. Und dann zählt er auf Parteien-Opportunismus, ungebremste Migration, Gewaltkriminalität, Mittelstandsverarmung, kaputte Infrastruktur, Stärkung von Grün-Links, Antifa-Terror und das Target-2-Finanzloch. Da hat er wohl eines mindestens noch vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass vielen von Ihnen weitere Beispiele einfallen würden. Nach meinem Erachten oder nach meiner Beobachtung fehlt jetzt zumindest noch ein Gravierendes, nämlich die schwer beschädigte Meinungsfreiheit. Und dazu habe ich ein paar Tweets rausgesucht, die doch vieles sagen. Hier gibt es den Anwalt Markus Roscher-Meinl, sehr bekannt und aktiv auf Twitter, der schreibt, irgendetwas stimmt hier gerade nicht bei Twitter. Die Followerzahlen nehmen gegen jede Erfahrung deutlich ab und die Tweets werden unabhängig vom Thema kaum gestreut bzw. retweetet und zwar quer durch die Peripherie. Das bestätigt eine weitere Teilnehmerin, die auch in dieser Woche geschrieben hat, Luisa. Liebe Politmitstreiter, wenn ich auf meine Followerzahlen schaue, sehe ich zurzeit, wie minütlich Accounts verschwinden. Auch das eine deutliche Aussage. Dann haben wir einen weiteren Teilnehmer hier, Uwe Füxtl, also FXDL, hatte gestern noch 1100, jetzt sind 5 untergegangen. Keine Ahnung warum. So, weiteres Beispiel, Milady McSchnuffel, flüster, meine Follower verschwinden. Also ein ganz leiser Hilferuf, aber sehr deutlich auch und in wenigen Worten. Dann ein weiterer Teilnehmer, den ich hier einblende mit seinem Tweet. Wenn das hier mit dem Verschwinden in dem Tempo weitergeht, begrüße ich in etwa 12 Tagen meinen ersten Follower. Fast schwarzer Humor, könnte man sagen, aber auch der bringt es auf den Punkt. Und dann bringt eine Teilnehmerin hier den Hashtag, der sich dazu inzwischen etabliert hat, nämlich Hashtag Follower Futsch. Unter dieser Überschrift oder unter diesem Motto tweeten sehr viele Teilnehmer und beklagen, wie ihnen einfach Follower abhanden kommen, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund oder eine Erklärung gibt. Nicht nur 107 Follower fehlen über Nacht, auch Twitter konnten, denen ich folge, verschwinden. Mir ist zwar jeder einzelne lieb und teuer, aber hier geht es ums Prinzip, um den Mechanismus. Was läuft bei euch falsch? Diese Frage am Ende. Dann Supergirl, mir sind fast 100 Follower unerklärlich und ohne Grund abhanden gekommen. Twitter frisst und frisst Hashtag Follower Futsch. Tja, und dann noch ein weiterer Teilnehmer. Jetzt geht es um eine mögliche Begründung. Da kommen oft nur Vermutungen, weil man natürlich wegen mangelnder Transparenz keine Erklärung hat. R2D2 nennt er sich hier, ist auch meine Wahrnehmung, schreibt er. Und dann ein weiterer Andreas Stüwe, der äußert eine Vermutung und sagt, schade, dass die Follower gehen, liegt aber wohl eher nicht an ihnen selbst. Bei mir, in Anführungszeichen, verschwinden auch immer welche ein Schelm, der Böses dabei denkt. So, und manche werden da aber auch klarer und präziser und sprechen nicht nur Vermutungen aus. Hier ist ein Harald E-Punkt, der ein Fazit zieht zu diesen Beobachtungen. Er schreibt, Zensur ist das zuverlässigste Anzeichen von Hilflosigkeit und Existenzangst staatlicher Herrschaft. Ein ganz klarer Hinweis auf den vielleicht wichtigsten von mehreren Gründen, die wir alle vermuten, nämlich die Wahlen in diesem Jahr. Da wird das Parteienkartell in Berlin mit jeden Tag nervöser. Wir können es ja alle beobachten. Und die Medien, die ziehen wieder mal wie immer mit. Hier nur ein Beispiel von vielen, die kann man sich ja auch selbst raussuchen, auch unter dem genannten Hashtag. Don Alfonso, der schreibt ja auch immer sehr deutlich seine Meinung. Und da gibt es einen Reporter beim Tagesspiegel, Sebastian Leber, der hat vorgeschlagen, Zitat, Don Alfonso enteignen. Und der Angesprochene, der schreibt darüber selbst, lustige Mitarbeiter haben sie da beim Tagesspiegel. Andere Meinung ist gleich Enteignung. So, und dann habe ich noch einen Tweet gefunden, das alles hervorragend auf den Punkt bringt und eine wirkliche, wichtige und prägnante Wahrheit ausspricht. Und da steckt auch eine Menge Humor drin, aber sehr viel Wahrheit, traurige Wahrheit eigentlich. Kritikbürger nennt er sich. Und er schreibt, die Wahrheit lässt sich nicht entfolgen. Und deswegen machen wir Kritiker hier alle auch fleißig weiter.